Der Grund, wie Ihren Aufenthalts muss daraus. Ich bin geschäftlich hier. Welche Art von Geschäft? Umweltverschmutzung, um genauer zu sein. Ja, hallo, Sie sind mit BMG, der Firmenleiter rüßt am Telefon, was kann ich für Sie tun? Ich habe ein Angebot für Sie. 5, 4, 3, 2, 1. Keine Bewegung oder schieße. Das würdest du nicht tun. Alles, entschuldige mich. Das würdest du nicht tun.